Moin Moin, wieder mal mit Jörg hier vom YouTube-Kanal Joggler66 und ich komme heute einen weiteren Teil lesen von dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wir müssen immer noch weitermachen im zweiten Kapitel, Mutter und Kind und das U-Modell des Kindes und es geht heute um das Kind in Ägypten. Da fangen wir mit an. Aber, weil das schon eine Zeit lang her ist, schätze ich mal, doch zumindest in Gedanken, werde ich nochmal eben einen Teil eines Absatzes des vorigen Kapitels oder des vorigen Unterabschnitts des Kapitels lesen. Nimrod war zweifellos der Erste der Mächtigen nach der Sintflut. Wenn daher Aristophanes sagt, der Götterknabe Cupido, selbst ein Geflügelter, habe all die Vögel oder Geflügelten hervorgebracht, während er dieselbe Stellung einlahm wie Nin oder Ninos, der Sohn, so zeigt das, dass auch in dieser Hinsicht Ninos oder Nimrod miteinander gleichgestellt werden. Während dies die offenkundige Ansicht des Dichters ist, ist es in streng historischer Hinsicht auch die Schlussfolgerung des Historikers Apollodorus, denn er sagt, Ninos ist Nimrod. Und schließlich wird in Übereinstimmung mit dieser Gleichstellung von Ninos und Nimrod in einer der berühmtesten Skulpturen des alten Babylons dargestellt, wie Ninos und seine Frau Semiramis aktiv mit der Verfolgung der Jagd beschäftigt sind, wobei die köchertragende Semiramis eine geeignete Gefährtin des mächtigen Jägers vor dem Herrn ist. Nun, das letzte Video habe ich zum Schluss das Bild eingefügt mit der köchertragenden Semiramis und wir fangen jetzt an, im nächsten Unterabschnitt 2b, das Kind in Ägypten, weiterzulesen. Wenden wir uns Ägypten zu, so finden wir auch dort bemerkenswerte Hinweise auf denselben Sachverhalt. Justinus sagt, Ninos unterwarf alle Nationen bis hin nach Libyen und folglich auch Ägypten. Die Aussage von Diodorus Siculus ist gleichen Inhalts, dass nämlich Ägypten eines der Länder ist, das sich Ninos unterwarf. In genauer Übereinstimmung mit diesen historischen Aussagen steht, dass der Name der dritten Person der Urdreiheit Ägyptens Kons lautete. Aber Kons im Ägyptischen stammt von einem Wort, das Jagen bedeutet. Daher bedeutet der Name Kons des Sohns der Maut, der Muttergöttin, die derart geschmückt war, dass man sie mit Reha gleichstellen muss, der großen Muttergöttin von Chaldea, eigentlich Jäger oder Gott der Jagd. Wodurch nun stellt da Kons in genau derselben Beziehung zur ägyptischen Maut steht wie Ninos zu Reha, dieser Titel Jäger, den ägyptischen Gott mit Nimrod gleich? Wenn dieser Name Kons mit der römischen Mythologie in Zusammenhang gebracht wird, erklärt er nicht nur die Bedeutung eines Namens im dortigen Pantheon, der bisher sehr stark einer Erklärung bedurfte. Einmal erklärt bewirkt er auch, dass dieser Name aus dem Pantheon wiederum etwas über diese ägyptische Gottheit verrät und bestärkt die Schlussfolgerung, zu der wir bereits gekommen sind. Der Name, den ich meine, ist der des lateinischen Gottes Konsus, der in einer Hinsicht eng mit Neptun in Verbindung gebracht wird, der aber auch als Gott der verborgenen Ratschläge oder Verberger von Geheimnissen betrachtet wurde, den man als Schirmherrn der Reitkunst ehrte und von dem man sagt, dass er das Pferd geschaffen habe. Wer könnte der Gott der verborgenen Ratschläge oder der Verberger von Geheimnissen anderes sein als Saturn, der Gott der Geheimnisse, dessen Name, wie er in Rom verwendet wurde, der Verborgene bedeutet? Nun, die Bedeutung, die die Römer mit dem Namen Saturn verbanden, geht klar aus dem Bericht hervor, den sie vor der Herkunft des Namens Latium geben. Er wurde gegeben, sagten sie, weil Saturn an seinen Küsten sicher verborgen gelegen war. Das kommt aus Vergil, dem Aeneis, wieder einmal, möchte ich hier mal dran erinnern. Also, wenn man dieses Buch wirklich von vorne bis hinten durchliest und ein paar andere Bücher wie Rulas of Evil, die ich jetzt gerade durch habe und solche Sachen, dann kommt man immer wieder dem Vergil seiner Arbeit des Aeneis gegen. Also da, wo die aus dem Trojan nach Rom geflüchtet sind. Und Novus Ordo Seclorum im Grunde herkommt und Anuit Köptus, also diese beiden Sprüche, die man kennt von der Dollarnote her. Dieses Vergil Aeneis, das Werk, ist wirklich wichtig anscheinend, um sich anzuschauen. Wie gesagt, auf YouTube gibt es einen Kanal, der hat sich die Mühe gemacht und das Werk gelesen. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr euch die Mühe macht, ist es sehr schwer zu verstehen. Also ich hatte da auch zumindest meine Probleme mit. Nun, der Vater von Konz oder Konso, wie er auch genannt wurde, also Amun, war laut Plutarch als der verborgene Gott bekannt. Und da sich üblicherweise Vater und Sohn in derselben Dreiheit in ihrem Charakter entsprechen, zeigt dies, dass Konz auch mit dem gleichen Charakter wie Saturn, der Verborgene, bekannt gewesen sein muss. Wenn nun der lateinische Konsus auf diese Weise genau mit dem ägyptischen Kons, dem Gott der Geheimnisse oder verborgenen Ratschläge, übereinstimmte, kann es da noch einen Zweifel geben, dass Kons, der Jäger, ebenfalls mit derselben römischen Gottheit als dem sogenannten Schöpfer des Pferdes übereinstimmte? Wer war so dafür geeignet, den Ruf des Erschaffens des Pferdes zu bekommen, wie der große Jäger Babels? Wer nahm es ohne Zweifel bei der anstrengenden Jagd in Anspruch, wodurch er bei seinen Kämpfen mit den wilden Tieren des Waldes außerordentlich unterstützt wurde? In diesem Zusammenhang rufe man sich jenes fabelhafte Wesen, den Centaur, in Erinnerung, halb Mensch, halb Pferd, der so oft in der griechischen Mythologie auftaucht. Diese imaginäre Erfindung war dazu da, das Menschen zu gedenken, der zuallererst die Kunst des Reitens lehrte. Und da muss ich mal eben jetzt einen kleinen Einwurf machen, hier zur Illustration des Grundsatzes, der dazu führte, das Bild des Centaur zu entwerfen, mag folgende Passage aus Prescott, Mexiko, Band 1, Seite 259, dienen, die die Gefühle der Mexikaner zeigten, als sie zum ersten Mal einen Mann auf Pferderücken sahen. Er, und damit ist natürlich der Eroberer Cortes gemeint, er befahl seinen Männern, der Kavallerie, ihre Lanzen auf die Angesichter ihrer Gegner zu richten, die, durch die ungeheuerliche Erscheinung völlig erschreckt, denn sie nahmen an, der Reiter und das Pferd, was sie nie zuvor gesehen hatten, seien ein und dasselbe, vom Panik erfasst wurden. Ja, man muss hier eben wissen, dass die Pferde aus Europa nach Amerika eingeführt wurden und die Mexikaner kannten diese Pferde nicht. Und ich glaube, wenn man so etwas zum allerersten Mal sieht, dann kann man sich wahrscheinlich ziemlich erschrecken und genau das hatten sie gemacht. Und deswegen wird übrigens auch der Zentaur oftmals so dargestellt, das heißt, Pferdeleib, aber dann die Brust und der Kopf eines Menschen, weil die beiden verschmelzen halt ineinander. Ich stelle dir mal vor, du reitest ein Pferd und das Pferd macht ein bisschen seinen Hals runter, dann siehst du den Menschen da hinten drauf sitzen. Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass in der Mythologie solche Bilder, wie das Bild von dem Zentaur hier, entstehen. Aber gut, der Autor fährt fort, auf Seite 48 kommen wir jetzt inzwischen. Aber diese Erfindung war nicht das Ergebnis griechischer Fantasie. Wie in vielen anderen Dingen haben sich hier die Griechen nur etwas aus einer früheren Quelle geborgt. Der Zentaur findet sich auch auf in Babylonien geprägten Münzen, so wie wir in der Abbildung 16 sehen können. Was uns zeigt, dass die Vorstellung ursprünglich aus dieser Richtung gekommen sein muss. Den Zentaur finden wir ferner im Tierkreis, wie wir in der Abbildung 17 sehen können. Und der dort angegebene Name im Tierkreis ist Sagittarius, was Schütze heißt. Kennt ihr wahrscheinlich aus dem Englischen Sagittarian, nennt man da das Sternzeichen des Schützen. Den Zentaur finden wir also ferner im Tierkreis, wie wir in der Abbildung hier sehen, der bis auf eine frühe Zeit zurückgeht und seinen Ursprung von Babylon hat. Wie uns ausdrücklich durch Berusus, den babylonischen Historiker, zugesichert wird, wurde der Zentaur im Tempel Babylons dargestellt. Und das, wie er meint, bereits seit Alters her. Die Griechen gestanden sich dieses Alter und die Herkunft des Zentaur ein. Denn obwohl Ixion generell als Vater der Zentauern dargestellt wurde, erkennen sie auch an, dass der ursprüngliche Zentaurus Kronos oder Saturn war. Der Vater der Götter. Aber wir haben gesehen, dass Kronos bzw. Nimrod, Ninos, der erste König Babylons war und folglich war der erste Zentaur dasselbe. Also mit anderen Worten, was wir hier lernen, um ein bisschen Verwirrung wegzunehmen, die einer vielleicht hat, wenn er das hört. Ein und derselbe Gott, dem wurden so viele verschiedene Namen gegeben, dass es manchmal wirklich sehr, sehr schwierig ist, da durchzuschauen. Wir sprechen jetzt hier vom Zentaur, wir sprechen von Kronos und im Grunde sprechen wir immer noch von Nimrod, von Ninos und eigentlich sprechen wir immer von Satan, sollte man nicht vergessen. Da geht es im Grunde hauptsächlich drum. Die Art und Weise, fährt der Autor fort, wie der Zentaur auf den babylonischen Münzen und ebenso im Tierkreis dargestellt wurde, ist unter diesem Blickwinkel betrachtet sehr beeindruckend. Der Zentaur war auch das Schützezeichen. Hatten wir ja vorher schon mal erwähnt. Wenn der Gründer des herrlichen Babylon, der gewaltige Jäger war, dessen Name sogar in den Tagen Moses ein Sprichwort war, wie wir im ersten Buch Mose, also in Genesis, Kapitel 10, Vers 9 lesen können, Zitat Wenn wir den Schützen mit seinem Pfeil und Bogen betrachten, das Symbol der höchsten babylonischen Gottheit und den Schützen unter den Tierkreiszeichen, die ihren Ursprung in Babylon haben, meine ich sicher schlussfolgern zu können, dass dieses Menschenpferd oder dieser Pferdenmensch, der Schütze, sich in erster Linie auf ihn bezieht und bezwecken sollte, die Erinnerung an seinen Ruhm als Jäger sowie gleichzeitig seine Geschicklichkeit als Bereiter von Pferden zu verewigen. Wenn wir auf diese Weise also den ägyptischen Kons, den Jäger, mit dem lateinischen Konsus, dem Gott der Pferderennen, vergleichen, der, Zitat, das Pferd hervorbrachte, Ende Zitat, sowie mit dem Zentaur von Babylon, dem die Ehre zuteil wurde, der Urheber der Reitkunst gewesen zu sein, wobei wir feststellen, wie alle Linien in Babylon zusammenlaufen, wird klar, woher der ursprüngliche ägyptische Gott Kons stammte. Nun, zwischen Klammern schreibt er hier, wobei wir feststellen, wie alle Linien in Babylon zusammenlaufen, ja, und wie wir heutzutage feststellen, dass alle Wege nach Rom führen. Und Rom eigentlich Babylon ist, da geht das ganze Buch ja drum. Kohns fährt der Autor fort am Anfang der Seite 49 beinahe. Der Sohn der großen Muttergöttin scheint im Allgemeinen als ausgewachsener Gott dargestellt worden zu sein. Die babylonische Gottheit wurde auch sehr häufig in Ägypten genau so dargestellt, wie in ihrem Herkunftsland, das heißt, als Kind in den Armen seiner Mutter. Auf diese Art und Weise wurde Osiris, der Sohn der Gatte seiner Mutter, oft dargestellt. Und was wir über diesen Gott erfahren, zeigt genau wie bei Konso, dass er in seiner ursprünglichen Form kein anderer als Nimrod war. Es wird eingestanden, dass das geheime System der Freimaurerei sich ursprünglich auf den Mysterien der ägyptischen Isis gründete, der Muttergöttin oder Frau des Osiris. Aber was hätte zu der Verbindung einer Freimaurergesellschaft mit diesen Mysterien führen können, wenn sie nicht einen besonderen Bezug zur Architektur gehabt hätten, und wenn der Gott, der durch sie verehrt wurde, nicht deswegen gefeiert worden wäre, weil er so erfolgreich in der Kunst des Befestigens und Bauens war? Wenn dies nun der Fall war, wer wäre dann ganz natürlich der große Schirmherr der Freimaurerkunst, in Anbetracht der bereits erwähnten Beziehung in der Ägypten zu Babylon stand? Er war der Erste, der auf diese Weise Ruhm erlangte. Als Kind der babylonischen Muttergöttin wurde er in der Eigenschaft von Allah Mahusim verehrt. Und nochmal eben zur Erinnerung, wie ich bereits im vorigen Kapitel sagte, Allah Mahusim, Allah schreibt man hier A-L-A, und hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem erfundenen Gott Allah aus dem islamischen Glauben, den die römisch-katholische Kirche erfunden hat. Islam ist nichts anderes als Katholizismus für Araber. Und wenn ihr euch damit beschäftigt und nicht nur natürlich unserem fantastischen Lehrer in der Hinsicht glaubt, der Jesuitenpater, der übergelaufen ist, wie heißt er noch, komm jetzt nicht auf seinen Namen, Francisco Rivera, und ihr könnt euch das ja mal bei Chick Publications anschauen, dem seine Veröffentlichung darüber, sondern man muss einfach nur die zwei Religionen miteinander vergleichen und da sieht man sowieso, dass das so ist und je weiter man in der Geschichte eintaucht, desto mehr wird das deutlich. Also der hier genannte Allah Mahusim hat auf jeden Fall nichts mit dem Allah aus dem islamischen Irrglauben zu tun. Als Kind der babylonischen Muttergöttin wurde er in der Eigenschaft von Allah Mahusim verehrt, dem Gott der Festungen. In gleicher Weise wurde Osiris, das Kind der ägyptischen Madonna, eben als das starke Oberhaupt über die Gebäude gefeiert. Diese starke Oberhaupt über die Gebäude wurde ursprünglich in Ägypten mit allen körperlichen Eigenschaften Nimrods verehrt. Ich erwähnte bereits, dass Nimrod, der Sohn des Kusch, ein schwarzer war. Es gab nun eine Überlieferung in Ägypten, wie von Plutarch überliefert wurde, die besagte, Zitat, Osiris war schwarz, Zitat Ende. Was wohl in einem Land, in dem die allgemeine Hautfarbe dunkel war, bedeutete, dass die Farbe noch etwas dunkler als gewöhnlich gewesen sein muss. Plutarch sagt auch, Horus, der Sohn von Osiris, war von heller Hautfarbe. Und meistens wurde Osiris auch so dargestellt. Aber wir haben einen unbestreitbaren Beweis dafür, dass Osiris, der Sohn und Gatte der großen Muttergöttin Ägyptens, auch als echter Schwarzer dargestellt wurde. Bei Wilkinson kann man eine Darstellung von ihm mit den unverkennbaren Zügen des echten Kuschiten oder Schwarzen finden, wie wir in der Abbildung 18 sehen, die ich hier einblenden werde. Bunsen meint, dies sei rein zufällig von irgendwelchen barbarischen Stämmen übernommen worden. Aber das Gewand, mit dem dieser schwarze Gott gekleidet ist, erzählt eine andere Geschichte. Dieses Gewand verbindet ihn direkt mit Nimrod. Dieser Osiris mit Zügen eines schwarzen Mannes ist von Kopf bis Fuß in ein gepunktetes Gewand gekleid. Jetzt wird es interessant. In ein gepunktetes Gewand gekleidet, wobei der obere Teil eine Leopardenhaut hat und der untere Teil ebenfalls gepunktet ist, damit er dazu passt. Der Name Nimrod, und da muss ich jetzt mal eben ein bisschen längere Erklärung machen, die ich aus der Fußnote 162 entnehme. Nimrod wird hier geschrieben N-I-M-R-R-R-O-D, also mit zwei R, von Nimre, N-I-M-R, was Leopard heißt, und Radar oder Rad, was heißt bezwingen oder bändigen, Nimrod, gemäß der unveränderlichen Regel im Hebräischen wird bei zwei aufeinandertreffenden Konsonanten, wie bei den zwei R in Nimrod, einer fallen gelassen. So wird aus Nineveh, der Stadt des Ninus, Nineveh, also Nineveh mit zwei N, gegenüber Nineveh mit einem N, beziehungsweise Nineveh im Deutschen. Der Name Nimrod wird allgemein von Meret, das Rebellieren heißt, abgeleitet. Aber hinsichtlich dieser Ableitung gab es immer eine Schwierigkeit, da dadurch der Name Nimrod selbst passiv gemacht wird, also nicht der Rebell, sondern der, gegen den rebelliert wurde. Es gibt keinen Zweifel, dass Nimrod ein Rebell war und dass seine Rebellion in alten Mythen gefeiert wurde. Aber sein Name in dieser Eigenschaft war nicht Nimrod, sondern Merodach. Oder bei den Römern Mars, der Rebell, beziehungsweise Marmers, Smith unter dem Stichwort schreibt das hier. Bei den Ostkern Italiens, Zitat, der Verursacher von Rebellion, Zitatende. Dass der römische Mars seiner Herkunft nach wirklich der babylonische Gott war, geht aus dem Namen hervor, der der Göttin gegeben wurde, die manchmal als seine Schwester und manchmal als seine Frau bekannt war, nämlich Bellona, was im Chaldeischen Beweinerin des Bell bedeutet. Beweinerin des Bell und dann haben wir noch Weinen um Tammuz, kommt alles irgendwie zurück. Die ägyptische Isis, Schwester und Frau des Osiris, wird in gleicher Weise als ihren Bruder Osiris beweinend dargestellt, wie wir bereits gesehen hatten. Ende dieser kleinen, einleitenden Fußnote. Der Name Nimrod bedeutet also Leopardenbändiger. Dieser Name scheint einzuschließen, dass, nachdem Nimrod durch das Zähmen des Pferdes Ruhm erlangt hatte und es so bei der Jagd einsetzen konnte, sein Ruhm als Jäger hauptsächlich darin bestand, dass er die Kunst erfand, den Leoparden dazu zu bringen, dass er ihm beim Jagen der anderen wilden Tiere half. Eine spezielle Art von zahmen Leoparden wird heute in Indien für die Jagd benutzt. Und von Ionisiak, dem ersten, dem Mogul-Herrscher Indiens, wird berichtet, dass zu seiner Jagdausstattung nicht nur Jagdhunde verschiedener Rassen gehörten, sondern auch Leoparden. Deren Halsbänder mit Juwelen besetzt waren. Zu den Worten des Propheten Habakkuk in Kapitel 1, Vers 8, Zitat, Schneller als Leoparden, Ende Zitat, bemerkt Kitto folgendes, Zitat, Die Schnelligkeit des Leoparden ist sprichwörtlich in allen Ländern, in denen er vorkommt. Dies zusammen mit seinen anderen Eigenschaften legt er im Osten den Gedanken nahe, ihn teilweise abzurichten, so dass er für die Jagd eingesetzt werden konnte. Leoparden werden jetzt außer von Königen und Gouverneuren selten für die Jagd im westlichen Asien gehalten. Sie sind aber in den östlichen Teilen Asiens mehr verbreitet. Orosius berichtet, dass ein Leopard vom König Portugals an den Papst gesandt wurde, der großes Erstaunen hervorrief durch die Art, wie er Rotwild und Wildschweine erledigte und durch die Leichtigkeit, mit welcher er sie tötete. Lebrun erwähnt einen Pascha, der Gaza und die anderen Gebiete der früheren Philister regierte und bei der Jagd häufig einen von ihm gehaltenen Leoparden auf Schakale ansetzte. Aber am häufigsten wird der Cheetah oder Jagdleopard in Indien eingesetzt. Entschuldigung. Und dort kann man die Vollkommenheit seiner Kraft sehen. Dieser Brauch, den Leoparden zu zähmen und ihn in den Dienst des Menschen zu zwängen, kann bis in die erste Zeit der frühen Antike zurückverfolgt werden. Wie Sir William Jones schreibt, bestätigen die persischen Legenden, dass Hoshang, der Vater von Tamurs, der Babylon baute, der Zitat Erste war, der Hunde und Leoparden für die Jagd züchtete. Zitat Ende. Da Tamurs als Erbauer Babylons kein anderer als Nimrod sein konnte, seht ihr, ist das manchmal ein bisschen verwirrend mit den ganzen Namen, ne? Schreibt diese Legende seinem Vater nur das zu, was er, wie es sein Name beinhaltet, selbst getan hatte und wofür ihm Ruhm gebührt. Wie nun der klassische Gott, der die Löwenhaut trägt, durch dieses Zeichen als Herkules erkannt wird, der Erwürger des nemaischen Löwen, so zeichnet sich ähnlich der in die Leopardenhaut gekleidete Gott natürlich als Nimrod aus, der Leopardenbändiger. Dass diese Leopardenhaut, die dem ägyptischen Gott gehörte, nichts Zufälliges war, dafür haben wir deutlichste Beweise. Wilkinson berichtet, dass bei allen hohen Anlässen, wenn der ägyptische Hohepriester zur Ausübung seines Dienstes gerufen wurde, es unerlässlich für ihn war, dabei als Dienstkleidung die Leopardenhaut zu tragen, wie wir in der Abbildung 19 hier sehen werden. Da es ein allgemeingültiges Prinzip in allen Götzensystemen ist, dass der Hohepriester die Insignien des Gottes trägt, dem er dient, weist dies darauf hin, welche Bedeutung der gepunkteten Haut als Symbol des Gottes selbst beigemessen worden sein musste. Die beliebte ägyptische Gottheit Osiris wurde mythologisch gewöhnlich in Form eines jungen Stieres oder Kalbes als das Kalb Apis dargestellt, woher das goldene Kalb der Israeliten stammte. Ihr wisst noch, das goldene Kalb, das sie bauten, als Moses Mount Sinai hochging und von Gott die zehn Gebote empfing und beim ersten Mal, als er runterkam, sah, weil es hat natürlich ein paar Tage gedauert, dass inzwischen die Israeliten vom Glauben abgefallen waren und ein goldenes Kalb gegossen hatten. Es gab einen Grund dafür, warum dieses Kalb nicht allgemein unter den Symbolen des Gottes erscheinen sollte, das es darstellte. Denn dieses Kalb stellte die Gottheit in der Eigenschaft Saturns, des Verborgenen, dar, wobei Apis nur ein anderer Name für Saturn ist. Der Name Apis ist im ägyptischen Hepi oder Hapi, was offensichtlich vom Chaldeischen Hab, Verdecken, stammt. Im ägyptischen bedeutet Hab, Verbergen. Also das sind ja ziemlich verwandte Worte dann. Die Kuh der Ator, der weiblichen Gottheit, der Entsprechung zu Apis, ist als gepunktete Kuh bekannt. Und es ist eigenartig, dass die Druiden Britanniens ebenso eine gepunktete Kuh verehrten. Wenn man auch selten einen Fall findet, wo das zum Gott erhobene Kalb oder der junge Stier mit den Punkten dargestellt wird, so gibt es trotzdem einen Beweis dafür, dass es doch manchmal so dargestellt wurde. Die beigefügte Abbildung 20, die ich hier jetzt einblenden werde, stellt diese Gottheit dar, wie sie Colonel Hamilton Smith, der Originalsammlung, die die Künstler des französischen Instituts von Kairo gemacht hatten, nachbildete. Zu der Abbildung muss ich noch weiterhin sagen, die Geißel oder Peitsche, die man hier sieht, die also um den Hals des Kalbs geht, das Wahrzeichen des großen ägyptischen Gottes, die an das Joch um den Hals des Kalbes gehängt war, zeigt, dass dieses Kalb diesen Gott in einer seiner verschiedenen Formen darstellte. Da Osiris, der große Gott Ägyptens, in verschiedenen Gestalten mit einer Leopardenhaut oder einem gepunkteten Gewand bekleidet und das Leopardenhautgewand ein so unerlässlicher Teil der heiligen Gewänder seines Hohepriesters war, können wir sicher sein, dass eine tiefe Bedeutung in einem solchen Kostüm lag. Und was könnte es mit dieser Bedeutung anderes auf sich haben, als dass dadurch Osiris, als der babylonische Gott identifiziert wurde, der als Leopardenbändiger gefeiert und sogar verehrt wurde, da er als Ninos das Kind in den Armen seiner Mutter war. Nun gehen wir von Ägypten zum nächsten Abschnitt, das Kind in Griechenland. Wir kommen ein bisschen mehr in die Neuzeit. Da habe ich nachher auch zum Schluss ein paar interessante Kommentare zu, also wenn es euch im Augenblick ein bisschen trocken erscheint, bleibt dran, es wird noch viel interessanter. Wir sind ja auch erst am Anfang des Buches. Das Kind in Griechenland So viel also zu Ägypten. Kommen wir zu Griechenland, so finden wir dort nicht nur Hinweise auf dasselbe Ergebnis, sondern auch eine Zunahme dieser Hinweise. Der in Griechenland als Kind in den Armen der großen Mutter unter dem Namen Dionysos, Bacchus oder Iachos verehrte Gott, wird von Altertumsforschern ausdrücklich als der ägyptische Osiris identifiziert. Dies ist der Fall bei Herodot, der seine Forschungen direkt in Ägypten betrieben hatte und von Osiris auch als Bacchus spricht. Demselben Zweck dient das Zeugnis von Diodorus Sikulus. Orpheus, sagt er, führte von Ägypten den größten Teil der mystischen Zeremonien ein. Die Orgien, die die Wanderungen der Ceres feiern und die ganze Fabel von den Schatten der Unterwelt. Die Riten von Osiris und Bacchus sind dieselben. Diejenigen von Isis und Ceres sind sich genau gleich, ausgenommen in Bezug auf die Namen. Als ob man Bacchus mit Nimrod gleichstellen wollte, dem Leopardenbändiger, wurden Leoparden dazu eingesetzt, seinen Wagen zu ziehen. Er selbst wurde mit einer Leopardenhaut bekleidet dargestellt. Seine Priester waren in derselben Weise gekleidet. Oder wenn man auf eine Leopardenhaut verzichtete, wurde an ihrer Stelle die gepunktete Haut eines Rehkitzes als Priestergewand verwendet. Eben dieser Brauch, die gepunktete Rehaut zu tragen, scheint ursprünglich in Griechenland von Assyrien eingeführt worden zu sein. Und wir erinnern uns, Assyrien ist immer gleichzusetzen mit Babylon. Von den Skulpturen Ninevehs erfahren wir, dass in Assyrien ein gepunktetes Rehkitz ein heiliges Wahrzeichen war. Denn dort gibt es eine Gottheit, die ein gepunktetes Rehkitz oder einen Dammhirsch, wie wir in Abbildung 21 sehen hier, als Symbol für eine mythische Bedeutung auf seinem Arm trägt. Der Ursprung der Bedeutung, die dem gepunkteten Rehkitz und seiner Haut beigemessen wird, ist anscheinend folgender. Als man begann, Nimrod, den Leopardenbändiger mit der Leopardenhaut als Trophäe seiner Geschicklichkeit zu kleiden, müssen sein gepunktetes Kleid und sein Aussehen die Fantasie seiner Betrachter beflügelt haben. Und er wurde nicht mehr nur Bezwinger des gepunkteten, denn dies ist die genaue Bedeutung von Nimir, der Bezeichnung für den Leoparden, sondern auch der gepunktete, selbst genannt. Wir haben deutliche Belege dafür durch Damaskius, der berichtet, dass die Babylonier den einzigen Sohn der großen Muttergöttin mit dem Namen Mumis oder Mumis benanden. Mumis oder Mumis bedeutet in Chaldea wie Nimre der gepunktete. So wurde es dann einfach Nimrod mit dem Symbol des gepunkteten Rehkitzes darzustellen und dies besonders in Griechenland wie überall dort, wo eine Aussprache vorherrschte, die mit der Griechenlands verwandt war. Der Name unter dem Nimrod, den Griechen bekannt war, lautete Nebrot. Wir erinnern uns, die Septuaginta ist die korrumpierte Bibel, da kommt dieser Ausdruck her. In der griechischen, in Ägypten übersetzten Septuaginta lautete der Name Nimrods Nebrot und das ist halt nicht die richtige Bibel. Die ist die 1611 König James Version. Die Bezeichnung für das Rehkitz, das gepunktete, war in Griechenland Nebros. Und es gab nichts natürlicheres, als dass Nebros, das gepunktete Rehkitz, ein Synonym für Nebrot selbst wurde. Logisch. Wenn daher der Bach aus Griechenlands durch Nebros, das gepunktete Rehkitz, symbolisiert wurde, was könnte dann die Absicht anders gewesen sein, als ihn insgeheim mit Nimrod gleichzusetzen? Es gibt Hinweise darauf, dass bekannt war, dass dieser Gott, dessen Wahrzeichen das Nebros war, dieselbe Abstammung wie Nimrod hatte. Bei Anakreon lesen wir, dass ein Titel des Bacchus Aethiopias war, das ist der Sohn des Äthiops. Aber wer war Äthiops? Da die Äthiopier Kuschiten waren, war Äthiops Kusch. Kusch, also C-H-U-S, so Eusibius, war derjenige, von dem die Äthiopier kamen. Das Zeugnis von Flavius Josephus zielt in dieselbe Richtung. Als Vater der Äthiopier war Kusch aufgrund seiner Stellung Äthiops. Daher sagt Epiphanius über die Herkunft Nimrods Zitat Nimrod, der Sohn des Kusch, des Äthiop. Zitat Ende. Da nun Bacchus der Sohn des Äthiops bzw. Kusch war, wurde er sichtbar in dieser Eigenschaft dargestellt. Also wir sprechen hier über ein und dieselbe Person. Bacchus der Kusch war, der Nimrod war, der Ninos war. Es ist manchmal wirklich verwirrend. Deswegen dieser kleine Einwurf von mir. Als Ninos der Sohn wurde er als Jugendlicher oder Kind porträtiert. Und dieser Jugendliche bzw. das Kind wurde allgemein mit einem Becher in seiner Hand dargestellt. Durch diesen Becher stellt er für die meisten den Gott der lärmenden festlichen Trunkenheiten dar. Und bei seinen Orgien gab es zweifellos ein Übermaß derartiger Festlichkeiten. Dennoch war der Becher hauptsächlich eine Hieroglyphe und zwar für den Namen des Gottes. Die Bezeichnung für Becher war in der heiligen Sprache Kuss K-H-U-S Und so zeigt der Becher in der Hand des jugendlichen Bacchus des Sohns Äthiops dass er der junge Kuss oder der Sohn des Kuss war. In dem abgebildeten Holzschnitt der hier eingeblendet ist die Abbildung 22 wird der Becher in der rechten Hand des Bacchus in so signifikanter Weise hochgehalten dass man ganz natürlich den Eindruck erhält dass er ein Symbol sein muss. In Bezug auf den Zweig in der anderen Hand haben wir ein ausdrücklich Zeugnis dafür dass auch er ein Symbol ist. Aber es ist bemerkenswert dass der Zweig keine Blätter hat die bestimmen lassen von welcher Baumart der Zweig stammt. Es muss daher ein übergeordnetes Sinnbild für einen Zweig oder ein Symbol für einen Zweig im Allgemeinen sein und folglich bedarf es des Bechers zu seiner Ergänzung um spezifizieren zu können um welche Art von Zweig es sich handelt Die zwei Symbole müssen also zusammen gelesen werden und liest man sie so sind sie die genaue Entsprechung zu dem Zweig des Kuss Zitat Ende Das ist der Spross oder Sohn des Kuss Eine weitere Hieroglyphe ist mit Bacchus verknüpft die dies nicht wenig untermauert nämlich der Efeuzweig Kein Sinnbild war bezeichnender für die Verehrung von Bacchus als dieses Wo immer die Riten des Bacchus vollführt wurden wo immer seine Orgien gefeiert wurden tauchte ganz gewiss der Efeuzweig auf Efeu war in der einen oder anderen Formen wesentlich für diese Feierlichkeiten Die Mönche hielten in ihrer Hand banden ihn um ihren Kopf oder hatten sich das Efeublatt irreversibel in ihrer Haut prägen lassen Was könnte das bezwecken und bedeuten Einige wenige Worte werden genügen um dies aufzuzeigen Zunächst ist es nachgewiesen dass Kissos das griechische Wort für Efeu einer der Namen für Bacchus war Es wird weiter verwirrend mit den ganzen Namen Ich kann es auch nicht helfen Obwohl der Name Kusch in seiner eigentlichen Form den Priestern in den Mysterien bekannt war wurde doch der Name seiner Nachkommen der Kuschiten in Griechenland gewöhnlich nicht nach orientalischer Art sondern Kisaioi oder Kisioi ausgesprochen Ich muss das vielleicht mal buchstabieren Kisaioi K-I-S-S-A-I-O-I oder eben auch Kisioi K-I-S-S-I-O-I ausgesprochen wurde Ich habe Griechisch nie gelernt von daher vergeben mir das bitte wenn ich das so ausspreche wie es hier geschrieben steht aber Kisaioi oder Kisioi ausgesprochen wurde das So sagt Strabo von den Einwohnern Susas die das Volk von Kusistan also da gehen wir wieder auf Kusch zurück Kusistan beziehungsweise vom ehemaligen Land Kusch waren die Susaner werden Kisioi genannt ohne Frage sind das die Kuschiten Wenn nun Kisioi die Kuschiten sind dann ist Kisos Kusch Weiter war dann der Efeuzweig der bei allen bachischen Feierlichkeiten einen so auffallenden Platz einnahm ein ausdrückliches Symbol für Bachus selbst Denn Hesikius versichert dass Bachus der durch seinen Priester repräsentiert wurde in den Mysterien als Der Zweig bekannt war Daraus wird nun erkennbar wie aus Kisos der griechischen Bezeichnung für Efeu der Name Bachos wurde Als Sohn des Kusch trug er bisweilen den Namen seines Vaters Kisos Seine tatsächliche Beziehung zu seinem Vater jedoch wurde durch den Efeuzweig offenbart Denn der Kisos Zweig der für die Menschen aus dem Volk nur der Efeuzweig war war für die Eingeweihten der Zweig des Kusch Hier lesen wir zum ersten Mal etwas über Eingeweihte und Nicht-Eingeweihte Das Volk und Eingeweihte Das ist das, was ich immer im Englischen betitelte mit Esoterischem und Exoterischem Wissen Das Esoterische bezeichnet das Wissen der Eingeweihten und das Exoterische die Lehre nach außen Dieser Gott fährt der Auto fort der als der Spross Kusch bekannt war wurde unter einem Namen verehrt der einerseits für ihn in seiner gewöhnlichen Eigenschaft als Gott der Weinlese passend war ihn andererseits aber als den großen Befestiger beschrieb Dieser Name lautete Bassarius oder Bassarois der doppeldeutig war und zum einen Weintraubenlagerer oder Weinleser bedeutete und zum anderen um Mauerer Durch die zweite Bedeutung wird der griechische Gott als der ägyptische Osiris identifiziert das starke Oberhaupt über über die Gebäude und als der assyrische Belus der Babylon mit einer Mauer umgab So haben wir also aus Assyrien Ägypten und Griechenland zunehmende und überwältigende Beweise die alle zusammen zeigen dass es sich bei dem Kind das in all diesen Ländern als Ninos oder Nim der Sohn in den Armen der Muttergöttin verehrt wurde um Nimrod handelte den Sohn Kusch Ein Merkmal hier oder ein Ereignis dort mögen von irgendeinem späteren Helden übernommen worden sein Aber man kann anscheinend unmöglich bezweifeln dass für dieses Kind Nimrod der Prototyp war das große Urmodell Die erstaunlich verbreitete Verehrung dieses Mannes weist auf etwas sehr außerordentliches in seinem Charakter hin und es gibt hinreichend Gründe zu glauben dass er sich zu seinen eigenen Lebzeiten hoher Beliebtheit erfreute Obwohl Nimrod in das System der Patriarchen eindrang und die Freiheiten der Menschheit beschnitt als er als König zur Macht kam betrachten ihn jedoch viele als jemanden der ihnen Vorteile eingebracht hatte die sie weit für den Verlust ihrer Freiheiten entschädigten und so bedachten sie ihn mit Ruhm und Ansehen Zu der Zeit, zu der er auftrat mussten die wilden Tiere des Waldes die sich schneller als die Menschen vermehrten großen Raub an den verstreuten und umherstreifenden Völkerschaften der Erde verübt und den Menschen großen Schrecken eingeflößt haben Die Gefahr die somit das Leben der Menschen bedroht solange die Bevölkerung spärlich ist wird in dem von Gott selbst genannten Grund dafür angedeutet warum er die Kannaiter nicht auf einen Schlag vor dem Volk Israel her austrieb obwohl das Maß ihrer Ungerechtigkeit voll war wie wir im zweiten Buch Mose Kapitel 23 Vers 29 und 30 in der Lutherbibel nachlesen können Zitat Daher müssen die Heldentaten Nimrods als er die wilden Tiere aus dem Gebiet verjagte und die ungeheuer wegschaffte ihm den Ruf eines hervorragenden Wohltäters der Menschheit eingebracht haben Sowohl dadurch als auch durch die Gruppen die er ausbildete erwarb er sich eine Macht als er zuerst mächtig auf Erden zu werden begann und fraglos wurde diese Macht somit auch gefestigt Dass er die Menschen in großen Gemeinschaften zusammenschloss und sie mit Mauern umgab war für ihn als der erste große Städtebauer noch nach der Sintflut ein zusätzlicher Verdienst So war es ihm zu verdanken dass sie ihre Tage in Sicherheit zubringen konnten Sie konnten frei sein von den Ängsten denen sie in ihrem Leben der Zerstreuung ausgeliefert gewesen waren als niemand voraussagen konnte wann man und dies war jederzeit möglich zur Verteidigung seines eigenen Lebens und des Lebens seiner Angehörigen an einen tödlichen Kampf mit den umherstreifenden wilden Tieren verwickelt wurde Innerhalb der Zinnen einer befestigten Stadt war eine solche Gefahr wilder Tiere nicht zu fürchten und für die so gewährte Sicherheit fühlten sich die Menschen gegenüber Nimrod fraglos, zutiefst zu Dank verpflichtet Nun Ich weiß, dass in der Bibel steht dass die wilden Tiere sich überproportional vermehrt haben und im Grunde für eine Plage für die Menschen wurden und darum Nimrod als gewaltiger Jäger sich etablierte Der Schutz der Stadt sorgte dafür dass die Menschen nicht mehr die Angst vor den wilden Tieren haben mussten die zur Plage wurden Nur vielleicht kann mir jemand helfen Ich habe versucht das in der Bibel zu finden weil ich weiß, dass ich es mal gelesen habe da aber ich kann es nicht finden Vielleicht kann mir das ja einer helfen Ich weiß, dass es das auf jeden Fall gab dass die wilden Tiere sich vermehrt hatten und halt gegen die Menschen losgingen Das war ja im Grunde Gottes Absicht So wollte er ja die ganzen Sonnenanbeter diejenigen, die lieber die Schöpfung anbeten als den Schöpfer bestrafen Aber ich habe es nicht gefunden Also wenn jemand von euch mir da helfen kann dann wäre ich da dankbar für Es wäre schön Können wir ja gleich wieder ein bisschen in Kommunikation eintreten mit den Kommentaren Okay, am Ende der Seite 55 fährt der Autor fort Kein Wunder also Und nicht zu vergessen das war ein sehr wichtiger Satz Innerhalb der Zinnen einer befestigten Stadt war eine solche Gefahr wilder Tiere nicht zu fürchten Und für die so gewährte Sicherheit fühlten sich die Menschen gegenüber Nimrod fraglos zutiefst zu Dank verpflichtet Nun nehmt doch mal Die Sicherheit die Nimrod ihnen gegeben hat durch die Städte zu bauen als die Sicherheit die man euch heute immer verkaufen will dafür dass ihr eure Freiheiten aufgeben müsst Die Leute zogen in eine Stadt gaben ihre Freiheit auf um draußen das freie Land zu bebauen wie Gott es eigentlich gewollt hat zogen in eine Stadt weil sie sich da sicher fühlten Sie haben ihre Freiheit gegen Sicherheit eingetauscht Und es gab mal einen sehr berühmten amerikanischen Präsidenten der hat gesagt wer seine Freiheit gegen Sicherheit eintauscht der wird beides verlieren Und schaut euch Amerika heute an und schaut uns uns heute an in Europa in Deutschland in Belgien wo auch immer wir sitzen Wir tauschen unsere Freiheit für Sicherheit ein Und hier so ganz nebenbei in dem Buch steht das mal am Ende der Seite 55 Man liest da so leicht drüber hinweg Man muss so ein Buch mit offenen Augen lesen Für die so gewährte Sicherheit fühlten sich die Menschen gegenüber Nimrod fraglos zutiefst zu Dank verpflichtet Ja Und wir danken heute dem Staat dafür dass er uns die Sicherheit gibt und bezahlen ihm alle Steuern und möglichen Abgaben die er von uns will und wir lassen uns all unsere Freiheiten nehmen als Dank dafür dass wir zwischen Anführungsstrichen Sicherheit haben So ein Blödsinn Kein Wunder also fährt der Autor fort dass der gewaltige Jäger der zugleich der Prototyp des Gottes der Festungen war berühmt wurde und sich einen Namen machte Hätte Nimrod allein auf diese Weise Ruhm erlangt wäre es gut gewesen Aber nicht zufrieden damit die Menschen von der Furcht vor wilden Tieren zu befreien machte er sich daran sie auch vor jener Furcht des Herrn zu entledigen die der Anfang der Weisheit ist und da in der allein wahres Glück zu finden ist dafür liest man Sprüche Kapitel 1 Vers 7 Das geht doch genau in dem Sinne weiter was ich gerade gesagt habe und wir kommen da später noch zu ich habe da noch einige Kommentare beigeschrieben deswegen will ich es jetzt nicht vorwegnehmen aber die Freiheit die dir dann von demjenigen versprochen wird der dir die Sicherheit sozusagen gibt ist vor allen Dingen die Freiheit weg von den Gesetzen Gottes unseres Herrn Aber nicht zufrieden damit die Menschen von der Furcht vor wilden Tieren zu befreien machte er Nimrod sich daran sie auch von jener Furcht des Herrn zu entledigen die der Anfang der Weisheit ist und in der allein wahres Glück zu finden ist dafür nämlich scheint er als einen der Titel mit dem die Menschen ihn gerne ehrten den Titel Befreier erlangt zu haben Der Leser erinnert sich vielleicht an den Namen der ihm bereits begegnet ist der Name Foroneus oder Foroneus Die Zeit des Foroneus fällt genau mit der Zeit Nimrods zusammen Er lebte zu der Zeit als die Menschen eine einzige Sprache hatten und als die Verwirrung der Sprachen begann und die Menschheit zerstreut wurde Von ihm wird gesagt dass er der erste war der die Menschheit in Gemeinschaften zusammenschloss dass er der Sterbliche war der herrschte und der erste der Götzenopfer darbrachte Diese Eigenschaften können nur mit denen Nimrods übereinstimmen so weit haben wir so weit haben wir inzwischen das Buch verstanden schätze ich Es geht alles wieder auf Nimrod zurück Der Name nun der ihm im Zusammenhang mit seinem Zusammenschließen der Menschen und darbringend von Götzenopfern gegeben wurde ist sehr signifikant Foroneus heißt in einer seiner natürlichsten Bedeutungen Abgefallener Dieser Name wurde ihm sehr wahrscheinlich von dem reingebliebenen Teil der Söhne Noas gegeben Aber dieser Name hatte noch eine andere Bedeutung und zwar Freilassen Und daher übernahmen ihn seine eigenen Anhänger und verherrlichten den großen vom ursprünglichen Glauben Abgefallenen Obwohl er der Erste war der die Freiheiten der Menschheit beschnitt als den großen Befreier Ich habe nicht zu viele Bemerkungen zu diesem Abschnitt des Buches hinzuzufügen wie ich schon mal angesprochen hatte aber jetzt fühle ich mich doch angesprochen Der große Befreier von den strengen Gesetzen Gottes genau wie heute die ständig propagierte Freiheit die Freiheit von Gottes Gesetzen meint Ohne euch das zu sagen natürlich Denn wenn Gottes Gesetze nicht mehr gelten gelten die Gesetze der Menschen Und dies dann auch mit allen Folgen Gott verändert seine Gesetze nicht Der Mensch wie es ihm in den Kram passt salopp gesagt Auf Gott kann man bauen Auf einen Menschen Also ich meine nicht Die Menschen in ihrer Geschichte haben immer eher Menschen gefolgt die man sehen anfassen hören kann statt den einen wahren Gott der unsichtbar unanfassbar und scheinbar unhörbar ist Die Israeliten schrien doch nach einem König wie die Heiden ihn haben anstatt ihr Vertrauen in Gott zu setzen So können wir im ersten Buch Samuel Kapitel 8 lesen Zitat Da aber Samuel alt war setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia und sie waren Richter zu Ber Seba Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen sondern neigten sich zum Geiz und nahmen Geschenke und beugten das Recht Übrigens muss ich hier einfügen das ist eben die Folge davon dass Richter und dann eben später eben auch die Priester von den Leviten das Recht weggenommen wurde und aufgrund dieser sogenannten Demokratie jeder das werden konnte Aber in Samuel geht es weiter Da versammelten sich alle Ältesten in Israel und kamen Genrama zu Samuel und sprachen zu ihm Siehe du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen So setze nun einen König über uns der uns richte wie alle Heiden haben Das gefiel Samuel übel dass sie sagten gib uns einen König der uns richte und Samuel betete vor dem Herrn Der Herr aber sprach zu Samuel Gehorche Gehorche der Stimme der Stimme Volkes in allem was sie zu dir gesagt haben denn sie haben nicht dich sondern sie haben mich verworfen dass ich nicht soll König über sie sein sie tun dir wie sie immer getan haben von dem Tage an da ich sie aus Ägypten führte bis auf diesen Tag und sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben so gehorche nun ihrer Stimme doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen das Recht des Königs der über sie herrschen wird Zitat Ende Die meisten Menschen sagen doch zeig's mir und ich glaub's als Konsequenz was ich nicht sehen kann glaube ich auch nicht dafür glaube ich aber alles was ich sehen kann denk mal an den 11. September 2001 und in den jetzt nächst folgenden Sätzen geht Hisslop auch auf das von mir hier Gesagte ein Ihr solltet allerdings wissen dass ich diesen Kommentar hier erst geschrieben habe und dann später das Buch weiter gelesen habe also ich wusste nicht was später geschrieben wird aber trotzdem fahre ich jetzt fort in dem Buch mein Kommentar kommt jetzt zum Ende aber lest bitte mal das erste Buch Samuel Kapitel 8 was ich gerade vorgelesen habe die Menschen sagen haben ja wenn ich dann genauso regiert werden will wie die Heiden was bin ich dann anders als ein Heide wo bin ich dann noch ein göttliches Volk ich habe den besten König den besten Herrn den ich mir vorstellen kann und ich sage ne gib mir mal einen Menschen den kann ich sehen den kann ich anfassen den kann ich hören den glaube ich da ist doch wieder dieser Fall der Na gut der Autor fährt fort und so wurde dieser Titel in der einen oder anderen Form als Ehrentitel an seine zum Gott erhobene Nachfolger weitergereicht also wir sprechen über den Titel Befreier alle Überlieferungen von den frühesten Zeiten bezeugen die Abtrünigkeit Nimrods und seinen Erfolg darin die Menschen vom Glauben der Patriarchen wegzuführen und ihr Denken von jener Ehrfurcht vor Gott und vor der Furcht vor den göttlichen sehen die sie sicher hatten als die Erinnerung an die Sintflut noch lebendig war und entsprechend aller Grundsätze der verderbten menschlichen Natur war dies ohne Zweifel auch ein wichtiger Aspekt seines Ruhms denn die Menschen scharen sich bereitwillig um jeden der irgendeiner Lehre nur den geringsten Anstrich der Plausibilität verleihen kann die besagt dass ihnen das Glück und der Himmel letztlich sicher sind auch wenn ihr Herz und ihr Wesen unverändert bleiben und sie ohne Gott in der Welt leben warum läuft man denn von der CDU zur SPD zu den Grünen zur PDS zur neuen komischen deutschen Partei der AfD oder wie auch immer das alles heißt der ganze Krams das ist doch seines Ruhms denn die Menschen scharen sich bereitwillig um jeden der irgendeiner Lehre nur den geringsten Anstrich der Plausibilität verleihen kann die sogenannten Politiker kommen damit ihren Slogans und die ganzen Schafe rennen dahinter her und denken nicht mehr da sollte man mal rüber nachdenken anstatt auf den Herren zu hören den einzigen Wahren Wie groß die der Menschheit von Nimrod zugefügte Wohltat aus der Sicht des gottlosen Menschen war als er sie von den Eindrücken wahrer Religion befreite und die Autorität des Himmels in einige Entfernung rückte beschreibt ausgesprochen anschaulich eine polynesische Überlieferung die uns weitere Bestätigung liefert John Williams der bekannte Missionar und für denjenigen der John Williams nicht kennt führe ich immer eben ein erlebte zwischen Juni 1796 und starb am 20. November 1839 auf Eromango das ist eine Stadt auf der Insel Vanuatu war ein britischer non-konformistischer Missionar der im Südpazifik aktiv war im November 1839 besuchte er einen Teil der neuen Hebriden er und der Missionar James Harris wurden hier am 20. November auf der Insel Eromango getötet und von den Kannibalen verspeist dieser John Williams also berichtet uns dass nach einer der alten Überlieferungen der Inselbewohner der Südsee die Himmelsgewölbe ursprünglich der Erde so nahe waren dass die Menschen nicht gehen konnten sondern darunter zu Griechen gezwungen waren dies sah man als sehr ernstes Übel an aber schließlich hatte ein Mensch die erhabene Idee die Himmelsgewölbe auf eine passendere Höhe anzuheben zu diesem Zweck wandte er seine ganze Energie auf und hob sie bei einer ersten Anstrengung bis zur Spitze einer zarten Pflanze namens Teve an über einen Meter hoch dort legte er sie ab bis er sich erfrischt hatte und sie beim zweiten Versuch bis zur Höhe eines Baumens namens Kawariki anhob der so hoch ist wie eine Platane beim dritten Anlauf hob er sie bis zu den Gipfeln der Berge an und nach einer langen Ruhepause brachte er sie mit einer höchst erstaunlichen Anstrengung in ihre gegenwärtige Lage Zitat Ende dafür wurde dieser Mensch als mächtiger Wohltäter der Menschheit zum Gott erhoben und bis zu dem Augenblick da sie das Christentum annahm verehrten ihn die getäuschten Bewohner als den Erheber der Himmels Gewölbe Was könnte die Situation der Menschheit kurz nach der Sintflut sowie das Handeln Nimrods als Foroneus der Befreier bildlicher beschreiben als diese Polynesische Fabel Nun wenn wir zu dem muss ich eben verweisen auf meine Lesung die ich hier in Hislop gemacht habe mit dem Titel von Weihnachten welches sich aus aktuellem Anlass letztes Jahr vorgezogen hat Ihr wisst ich habe einen Teil des dritten Kapitels vor dem zweiten gelesen und wenn wir über den Befreier da sprechen bei Weihnachten dann müsst ihr hier auf diese Seite zurückkommen und das nochmal anschauen Also was könnte die Situation der Menschheit kurz nach der Sintflut sowie das Handeln Nimrods als Foroneos der Befreier bildlicher beschreiben als diese polynesische Fabel Der Himmel also Gott schien wohl der Erde sehr nah Solange die furchtbare Katastrophe durch welche Gott den Sündern der alten Welt seine strafende Gerechtigkeit zeigte den Menschen noch im Gedächtnis gegenwärtig war und Noah und der rechtschaffende Teil seiner Nachkommen mit allem ernst bestrebt waren Es muss das große Ziel aller die Gott liebten und das höchste Interesse der Menschheit gewesen sein die Verbindung zwischen Himmel und Erde aufrecht und so eng wie möglich zu halten Dies schloss jedoch ein dass man jegliches Laster und alle Freuden der Sünde im Zaume hielt und ablehnte denen das natürliche Gemüt solange nicht erneuert und geheiligt immerfort nachjagt Wer kennt das nicht insgeheim musste jedes unheilige Gemüt dies als Zustand unerträglicher Knechtstaff empfunden haben Zitat Das fleischliche Gemüt ist Feindschaft gegen Gott Zitat Ende Es ist Zitat seinem Gesetz nicht unterworfen Zitat Ende Noch überhaupt dazu in der Lage Es sagt zum Allmächtigen Zitat Weiche von uns Denn wir wünschen nicht die Erkenntnis deiner Wege Zitat Ende Na also wenn das nicht die heutigen Tage beschreibt dann weiß ich es nicht Solange sich der Einfluss des großen Vaters der neuen Welt vergrößerte seine Grundsätze beachtet wurden und eine heilige Atmosphäre die Welt umgab war es kein Wunder dass die die sich von Gott und Gottes Furcht entfremdet hatten den Himmel seinen Einfluss und seine Autorität als unerträglich nah empfanden und dass sie unter solchen Umständen nicht gehen konnten sondern nur kriechen das heißt dass sie keine Freiheit hatten zu gehen nach dem was ihre Augen sahen und nach den Vorstellungen ihres Herzens von dieser Knechtschaft befreite befreite sie Nimrod in Babylon wie auch in Polynesien durch den Abfall den er ein führte durch das freie Leben das er denen bot die sich um ihn scharten und dadurch dass er sie von den heiligen Einflüssen trennte dass sie zuvor mehr oder weniger beherrscht hatten half er ihnen Gott und die strenge geistliche Natur seines Gesetzes in einige Entfernung zu rücken so wurde er zum Erheber der Himmels Gewölbe indem er den Menschen dazu brachte zu fühlen und zu handeln als sei der Himmel weit von der Erde entfernt und der Gott des Himmels entweder nicht durch die dunkle Wolke sehen könne oder die Übeltreter seiner Gesetze nicht mit Missfallen beachtete all jene konnten dann verspüren dass sie frei atmen und nun in Freiheit umher gehen konnten daher konnten die Menschen nicht anders als Nimrod als einen der großen Wohltäter zu betrachten wer hätte nun gedacht dass eine Überlieferung aus Tahiti die Geschichte von Atlas beleuchten würde und doch wenn man Atlas der die Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt den zum Gott erhobenen Helden der Südsee gegenüber stellt der die Welt segnete indem er die darüber liegenden Himmelsgewölbe hoch hob die so schwer auf ihr lasteten wer erkennt da nicht dass beide Geschichten in Beziehung zueinander stehen die polynesische Geschichte sagt hier in einer Fußnote die polynesische Geschichte sagt Himmel und Erde seien mit Stricken zusammengebunden gewesen und das Lösen dieser Stricke sei durch die Myriaden von Libellen bewirkt worden die mit ihren Flügeln einen wichtigen Anteil an dem großen Werk hatten besteht hier nicht ein Bezug zu Nimrods Gewaltigen oder Geflügelten die zu Göttern erhobenen Gewaltigen wurden oft als geflügelte Schlangen dargestellt siehe Wilkinson wo der Gott Agathodämon als geflügelte Natter dargestellt wird in einem einfachen Volk mag die Erinnerung an seine solche Darstellung ganz natürlich in Verbindung mit der Libelle aufrechterhalten worden sein alle Gewaltigen oder Geflügelten aus Nimrods Zeit dem wahrlich goldenen Zeitalter des Heidentums als sie tot waren wurden Dämonen und daher stellte man sie natürlich alle in dieser Weise dar sollte jemand über den Gedanken einer solchen Verbindung zwischen Mythologie Tahitis und Babels stolpern so möge er nicht übersehen dass der Name des Tahitischen Kriegsgottes Oro lautete während Horus oder Oros wie Wilkinson den Sohn von Osiris in Ägypten nannte der unzweifelhaft Seinsystem von Babylon übernahm genau diesen Charakter aufwies was konnte nun das Lösen der Stricke die Himmel und Erde zusammen banden anderes sein als das Brechen der Bande des Bundes durch den Gott die Erde an sich band als er bei der Wahrnehmung des lieblichen Geruchs von Noas Opfer seinen Bund mit ihm als dem Haupt der Menschheit erneuerte dieser Bund betraf nicht nur die Verheißung gegenüber der Erde die sie gegen eine neue weltweite Flut schützte sondern enthielt in seinem Kern eine Verheißung aller geistlichen Segnungen für diejenigen die an ihm festhalten das Wahrnehmen des lieblichen Geruchs bei Noas Opfer bezog sich auf sein Glauben an Christus wenn daher als Folge des Wahrnehmens des lieblichen Geruchs Gott Noah und seine Söhne segnete wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 9 Vers 1 lesen bezog sich dies nicht nur auf zeitliche sondern auch auf geistliche und ewige Segnungen deshalb wurde jedem der Söhne Noas der Noas Glauben hatte und wie Noah wandelte ein Anteil an dem ewigen Bund von Gott zugesichert Gesegnet waren jene Bande die durch Gott die gläubigen Menschenkinder an sich band durch welche Himmel und Erde so eng verbunden waren Auf der anderen Seite brachen jene den Bund die sich mit dem Abfall Nimrod verbanden und als sie die Autorität Gottes beiseite einsetzten sagten sie in Wirklichkeit lasst uns seine Bande zerbrechen und seine Stricke von uns werfen Auf genau diese Tatsache des Lösens der Bundesbeziehung zwischen Erde und Himmel finden wir eine sehr deutliche wenn auch verschleierte Anspielung in der babylonischen Geschichte von Berossus dort wird gesagt dass Belos also Nimrod nachdem er die ursprüngliche Dunkelheit zerstreut hatte Himmel und Erde voneinander trennte und die Welt ordentlich anordnete diese Worte wollen Belos als den Gestalter der Welt darstellen hört jetzt genau zu aber dann ist die Welt die er gestaltete eine neue Welt denn es existieren bereits Wesen bevor seine weltschöpferische Kraft ausgeübt wird die neue Welt die Belos oder Nimrod gestaltete bestand lediglich in der neuen Ordnung der Dinge Novus Ordo Seclorum neue Weltordnung schon mal gehört die neue Welt die Belos oder Nimrod gestaltete bestand lediglich in der neuen Ordnung der Dinge die er einführte als er gegen den Himmel rebellierte indem er alle göttlichen Bestimmungen für nichtig erklärte der Aufstand der Riesen wird als besonderer Aufstand gegen den Himmel dargestellt auf diesen alten Streit zwischen den babylonischen Machthabern und dem Himmel finden wir eine klare Anspielung in den Worten Daniels an Nebukadneser als er die Demütigung und sagte wie wir in Daniel 4 23 lesen können Zitat Dein Königtum soll dir erhalten bleiben sobald du erkennst dass die Himmel herrschen Zitat Ende Nun der Autor fährt fort Ich mache noch ein paar Sätze weil ich will das eben noch zu Ende bringen Es zeigt sich dann also dass Atlas auf dessen breiten Schultern die Himmelsgewölbe ruhen sich nicht allein in astronomischem Wissen auszeichnete so groß es auch gewesen sein mag sondern dass er mit etwas ganz anderem in Verbindung gebracht wird jenem großen Abfall in welchen die Riesen gegen den Himmel rebellierten und in welchen Nimrod der gewaltige als der anerkannte Anführer eine herausragende Stellung einnahm Das in erster Linie von Nimrod eingeführte System verleitete die Menschen zu dem Glauben dass eine wirkliche geistliche Veränderung des Herzens nicht nötig sei und sofern dennoch eine Veränderung notwendig erschien könne eine innere Erneuerung durch rein äußerliche Mittel bewirkt werden Betrachten wir die Angelegenheit im Licht der Bachanal Orgien die ja die Geschichte Nimrods in Erinnerung riefen so wird deutlich dass er die Menschheit dazu brachte ihr Wohl hauptsächlich in sinnlichen Freuden zu suchen und dass er ihnen zeigte wie sie die Freuden der Sünde genießen konnten bei seinen zahlreichen Feldzügen wurde er stets von einer Menge Frauen begleitet und durch Musik und Lieder Spiele und lärmende Festlichkeiten und alles was dem natürlichen Herzen gefallen mochte empfahl er sich der Gunst der Menschheit was kann man hier nun noch hinzufügen das beschreibt doch in wenigen Worten die heutige New Age Lehre Alistair Crowley mit seinem tue was du willst soll das ganze Gesetz sein und so weiter hier sieht man deutlich die babylonischen Wurzeln der späteren griechischen Philosophen wie Plato Sokrates und Aristoteles die die Grundlage sind für die römisch katholische Kirche mit ihren philosophischen Doktoren wie Thomas Aquinas aus dem 13. Jahrhundert Rom das Tier das aussieht wie ein Leopard wenn wir Offenbarung 13 lesen das gefleckte Tier wie wir hier gelesen haben das assoziiert wird mit Nimrod begreift ihr es jetzt seht ihr das wer Augen habe zum Hören wer Ohren habe zum Hören der möge sie spitzen und seine Augen auftun und in der Welt sich umschauen um mit diesem neu erworbenen Wissen die Wahrheit zu erkennen Freiheit wie sie von Menschen gelehrt wird ist nur die Freiheit von Gott und damit die Straße die in den Abgrund führt wo Satan wartet der die Menschen hasst und nur ihre Verdammnis im Sinne hat als nächstes kommt jetzt unter Abschnitt 2d der Tod des Kindes und das ist für eine folgende Lesung ich hoffe ihr habt ein wenig davon gelernt am Anfang war es ein bisschen trocken das gebe ich zu aber zum Ende wurde es so gut dass ich sogar über die Stunde hinweg habe lesen müssen weil ich musste diesen Teil wirklich abschließen also ich danke euch fürs Zuhören fürs für eure ermutigenden Kommentare und hoffe dass ihr weiterhin in Gott glaubt in den einzig wahren Gott den Gott von Abraham Isaac und Jakob Jesus Christus unseren einzigen wahren echten Erlöser dem aus der König 1611 König James Bis zum nächsten Mal Gott schütze euch und bis dann Tschüss bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020